Neuen streamen wir auf meinem Kanal. Mit dabei ist, da ist es wahre. Ja, so geht's weiter. Äh, und wir verarschen gleich Leute im Teams auffüllen, aber erstmal eine gesaftige schnaftige Runde nochmal. Mal. Ich bin schon gestorben, weil ich mich um den Stream regeln musste. Einfach hier in der Lobby starten und so, aber dann haben wir einfach gestartet, weil ich hatte keinen Bock so lang zu warten, bla bla bla, so weit und so weiter. Ja, es riecht eigentlich noch. Ähm, 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 ähm. So. Verlosung hat sich verschoben auf zwei Monate. Es war ein bisschen knifflig und so. Was hat sich verschoben auf zwei Monate? Und ja. Das hat eigentlich alles. Nein, mein Power hat sich geschossen, Digga. Kannst du bei mir in den Stream gucken, Digga. Du hast ihn noch in 77 eigentlich gegeben. Kannst du gar mal gucken. Man trägt bereits, wir machen noch eine Runde nochmal. Ja, okay. Was geht? Der Karte, mein Stream ist, Digga. Weee. Du ist ihn raus. Kap. Kap, Kap. Ich bin nicht frei. Das braucht Spaß. Bist du es, oder was? Nein, nein, ich muss dich hier auch nehmen. Yo, Leute, was geht ab? Was geht ab? Mach mal noch mal eine Runde aus. Ja, hab ich ausgemacht. Ich bin aber so wie Dings, äh, mach mal, ich bin mir da einfach tief, egal, also, ich mach's nicht mehr. Äh, das hab ich nicht mehr. Ich hab so eine App, das kommt so, wie jeden Tag, was kostet uns raus, auch wenn ich das kaufe, und ich kaufe, dass ich für sieben Euro länger. Egal, es kostet einmal 70 Euro, deswegen hab ich es eben kostenlos genommen. Dann wird da mein Stream, Digga, da soll mal bitte reinschreiben. Ich werde erst mit der YouTube machen, wenn PS5 draußen ist. Also kann man besser streamen, also mit PC kann man zwar auch gut streamen, aber das sind so viele Einstellungen, die du einen machen musst. Digga, du musst bing Bitrate gucken. Ja, du hast zwei Bildschirme, ne, dann kannst du oben den Chat auf, äh, Lassenleger. Digga, ich hab ein Bildschirme, ich hab zwei Bildschirme, wie es aber über meinen PC habe ich so real hängt. Mir ist ein Regal so runtergefahren auf dem Bildschirm. Du bist nicht auf meinen teuren Bildschirm, ich will auch so'n billigen Bildschirm sagen, das ist ja so, der wird auch schon real, aber... Du, die Bildschirm. Nicht die ich von jetzt bekommen, aber der 200 Euro passt nicht. Ich bin so glücklich, Digga. Digga, er denkt richtig auf Aimbot, hab ein Tod. Bin geflogen, hab in Hatschus gehen. Von meinem Freund. Und direkt, die sollen abfuschen gehen. Scheiß auf die. Das ist ein Bünder oder ein Krampfleger, vielleicht noch. Und ja, ich bin jetzt in den Gruppen. Aber wenn ich so'n weiß, würde ich nicht, warum ich so'n schnell meine Waffen wechseln, äh, oder so, oder halt, das mache mein Kontrollers kaputt, aber es ist natürlich eh schon viele. Äh, auf jeden Fall, wenn ich, äh, wie es nicht habe, ich will, auf den zweiten Bildschirm anlegen, den macht hier oben an meine Wand dran. Das ist so'n schön'n Chatting. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich meine, der hier muss, äh, hier ist Crack oder wie der heißt, wurde gerade zerstört. Digga, du gehörst, komm hier, bist du da. Nee, ich hab's gesehen. Hier, direkt, äh, komm, 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 komm. Draußen, äh, direkt einer draußen ist es einer. Ich rieche ihn. Er hat nur Hatschus, er hat drei Hatschus bekommen. Ich mach's mal keine Mets, Digga. Ey, Digga, ich krieg Kollaps, Digga, guck der die ganze Zeit, mein Stream, Digga. Du sollst mal bitte reinschreiben. Dein Vater. Ja, wahrscheinlich. Wo, was ist sich verschoben jetzt? Jetzt, zwei Monate, drei Monate, wo? Ja, guck einfach mein Stil, oh yeah. Abdel, was geht? Abdel, klappt, schuld, kappa. Hey, hier, Tracks, Schiet, noch da, Jamie, ne? Der, vorhin war der weg, kurz. War back oder so, hängen. Zufällig, Stummelwärmung. Ich hab 180, ja. Aber wir zocken auf PC-Lobbys, aber sollte man eigentlich auch gesehen haben. Weil der Figur an ist ein PC-Spieler. Einfach nur lecker. Lecker, Schiet, ne? Lecker, Schiet, ne? Was geil ist, was ich hofft, was ich jetzt machen kann, weil du kannst ja bei jeder Streamer hat ja hinten, wenn da streamen, wo sie kinder mit damit laufen, ne? Ja. Und man eigentlich mit PC-Spieler machen, wenn du das. Das du brauchst, äh, von der PC-Spieler, die, ja, du willst ja hin, die das laufen lassen. Äh, mach ich. Ja, du streamst, ne? Und du streamst, wie du bist hier, musst du eine Capture-Karte haben, und die Capture-Karte haben, und die Capture-Karte haben, und dann PC-Verbindung, und der PS-Videos darüber dann, zum Beispiel, zum Beispiel, Aftage ist nur FF und 6, sag ich das mal, und dann kommt halt, kurz Pause, und so, und so, und so, und so, ich meine. Und das halt muss ich einblenden. Da kann man halt nur nach Capture-Karte. Ich bin zwar kein Standard-Skill-Ante, aber Standard-Skill ist einfach schlecht im Fortnite, ist eine Tatsache. Dem gesucht zu niedriges Level, das ist sehr vorteilig. Ich hab' kein Battle-Pass, Läger. Opa, lass mal, denkst du. Der sind bis zum Schluss. Wo sister, kein Bewusstsein, ja, ich hab' nicht. Ja, ich hab' nicht. W hab' nicht. Ja, ich hab' nicht. Ja, was ist der zweite Zuschauer. Ich hab' nicht. Und sich, den. Die habe ich nicht. Da kannst du nicht. Ich hab' nicht. Ja, kein Gesundheitsfrau, ich hab' nicht. Ja, kein Thema. ich weiß aber auch ein wichtiger einer von den stone und den pushen wir diesen wieder alle drei im leben derzeit am leben wort die warte doch warte doch bitte der kommt und durch und durch der der das war ein job habe ich weiß er hat der war schon mal da und die fände stecker also hier mit auch noch den anderen abgehauen wirst du auch haben in dieser namen digga dies gold auch wenn ich auch mehr mag es gab ist einfach weil ja ich kann das nicht editieren digga der ist hier runter gerade ja das hier unter mir unter mir da ist hier ein loben daher kann man das trifft effekt ein als hier reingegangen hast du auch hinter dir ja da ja ich sie die lediger die langen oha drei zuschauer 30 verstanden ich habe keine menschen ich muss kämpfen ja ich habe auch keine menschen ich kann nicht kommen wahrscheinlich oder was ein sohn man schreibt sich dabei weiß ob du hast geschrieben darf ich mitspielen könnte auch gerne mit zocken aber desto weniger halb desto besser bei den fahrern jetzt die leute das normale weiterzocken doch die ja clickbait beste leben okay gleich hat er geschrieben ja wechsel gleich ich esse dann komme ich er hat mich abonniert der ab du ehre mann wer ist jetzt die andere person ich fasse ein besen legger guck mal bestellt die mir wesentlich ist denn ich es denn bei gott aber ihr müsst ihn mir halt kaufen der sich jetzt ja nicht mein eigenes gewesen ich bin wenn ich morgen wollte ich mir erst mal fett ist bloß der letzte oder hause und ich will das was zu tun machen so lange geht der abonnent das ist denn zu reden ich habe doch alles schon gesagt warte bist du das noch im stil dann schreibe einfach irgendwas und dort bin ich in den bein laufen lohn man kennt ihn guck mal ob ich morgen nicht mehr bis los leute das wird halt witzig machen wir einfach aus den neuen Faschen Abo zocken falls die Sachen brauchen der die Weg kann ich dich schenken oder so oder morgen geht her falls ich mir mal ein PS Plus hole kann ich euch dann auch Modded Cast schenken wenn man drei Zuschauer hatte und nur zwei reinschreibt äh nur einer reinschreibt Ihrem Werther Keller Werther so Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. doch da ja man sich um mit welcher pommes der das ist ein bisschen kräfte spieler noch an Vielen Dank, Kucowka. Rucksahne, Rucksahne Rucksahne Stückbereit, Stückbereit jederzeit Rucksahne 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 Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut bin. mit diesen abzukommen dann auch das spiel geht ihr meine klasse ist der busser schlecht weiß ich nicht habe lange nicht mehr mit ihm gespielt er weiß ich das jetzt mal mit ihm später war man auch schlecht nauf von der sagt irgendwas nehmen soll was hat zu zweit macht es kein spaß das ist ein stück ab dieser abkommt wenn du hast jetzt mal die ganze gewonnen mit allen gespielt haben mit nikon und so ich weiß wenn ich jetzt lege ich mir das gleiche das gibt zu das echt gespielt im finale habe ich eigentlich gespielt aber sonst habe ich eigentlich gut gespielt das ist immer jedem ich gebe dir das trickshot versuchen bei dir extra Oha, das war schon da gewesen. Ey, das ist unfair. Wo bist du, Jamie? Wo bist du? Erste One-Shot, Digger. Fick dich doch. Du Judo. Du weißt jetzt schon, du kannst gebant werden dafür, ne? War ja nur Witz. Chill, chill, chill. I joke it, I joke it, Digger. Oh, Kicker hat hier jetzt ein paar, Digger. Ehre, Mann. Ich krieg die schlechte Waffe in meinen Augen. Oh, die größte Pussy-Waffe kann man das auch nennen. Also, warum? Werd. 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 hat sich geschossen das ist ein Schieger auf der stelle städte die luftiger mit sich ich dachte mir noch hat hat mich ein schuss getroffen ja sage ich noch irgendwelchen wörter weg die wixer achi war ich habe einmal mein team hausen gesagt und wurde nicht gebannt jetzt mal noch so zu so einer person die ganze zeit kleiner in deinem arft du elendiger halt dämlichen wörter die ich sage was machst du denn ich hätte nur geschichten ist dabei der gestern mit den spielen die stadt hinausgewinnen immer drauf die die fronten so geschehen so nicht mehr gelaufen wegen zonen kurz im fliegt du wichser fliegt besser fliegen wie mir ein kleiner elendiger und spieler alter der box wieder deine hex ausfügtig apple quasi das sieht oder so youtube dann schreibt es mal epic an wenn wenn epic das sieht also der heck der heck bitte ich bin der heck noch immer der mainboard ja wegen dir digga aber ich weiß wenn nichts neben mir ist kann ich mich nicht abseilen mir scheißegal der machst du einfach nicht so anstrengend buchseid kommt noch buchseidiger ja noch nach den zehn rote box ja kommt noch länger du wirst du wirst ja auch von deines lebens kriegen alter müssen verkackten leger ich hätte jetzt wird deine ehre einmal auf dem grill wenden digger die offenen box weit gemacht im leben das hat nicht gewonnen ich einmal hacker verlieren immer egal ob sie gewinnen oder nicht sie verlieren immer ist ein hacker nein gar nicht meine oma ist der dritte weihnachtsmann der menschheit falle du elendiger so für scheiß egal ob der stream gebannt wird ich hab mich ein scheiß gibt es auch schon am arsch vorbeideger ich krieg nie hier was soll die scheiße auch nicht der meinung hat doch keine gibt es nicht so kloppen sich besseren mutiger weiß bis er ekligen die werden wir das rein der ich hab so ich rotzlut der ich hab fast nur graue waffen ich wollte unter die map geschossen digger alles klar ich wollte unter die map geschossen digger was soll ich scheiße denke spiel spiel unter die map geschossen zu werden schon wieder nur graue wach weiter sei scheiße einfach ein nicht einfach ein ich bin einfach in ehren weil du weißt wirklich nicht nur ein schotter elendiger wirkser ich habe fast nur großen sachen alter fickt dich doch ich bin ich auch ich bin ich nicht ein scheiß ich hab mich relativ scheiß gebraucht was für die stelle endlich mal wieder hier digger endlich 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 mit dem ich kommst jetzt mal 7.000 sortieren schweiz trifft treffen ist mein hobby so geht es zwei jeweils da war immer drauf meine auch da kriegst du hat jedem wohl geschmeckt ich weiß dass du schlecht bist du bist das box bei gegen die war nur graue waffen bei gott sogar digga außer die dings außer die habe ich dabei sonst nur graue waffen um mich zählen nicht die gewaltt keine waffe ist der doch auch kriegst du dir gut stellen ab stellen ab die doch gut klappt alles in den bereich der du schweißt du wechselst du wohnsturm hacken halt die schnauze schmutzweid getroffen wenn die übungen getroffen hat habe ich da bald geschmeckt du wichser das ist ja wie ist ein paar auch noch ein paar 31 weiter du guckst du bist du wichser du sollst sehen wie jamie es passieren wird er hört sich nicht wahr digga da dies drei hoch digga die geht wenn man zu dritt ist digga umhört er mich nicht darum weil ich ihnen die sprachnachricht geschickt abdecker alter wird ja richtig spannend gegen dich allein zu kämpfen muss ich länder dazu darfst du früh gestartet wir sitzen response alltag kriegst du ein sieg digga allein was ja Du bist nur arm, Herr Kuhu! Du bist nur arm! Du bist nur arm, Herr Kuhu! Nee, der hätte ... Sp chus müsste sitzen, du Wichser! Wie-es machtn, jetzt bis hundert? Ist mir egal. zu lachen weiter wie so ein esel digga okay und 30 bei gott wenn ich einmal wenn du einmal wenn ich einmal gewinne da kriegt eine zähne ok ok wenn du zweimal gewinnt ist der zähne ok sie wenn ich gewinne wenn du 100 zu 0 gewinnt hat kriegst du 100 api was ist wenig ein bei gott sogar wenn ich liebe solcher blitz so packt man die cheats aus der du musst doch schon gewinnen ich musste zwei runden ich muss nur einmal gewinnen dann kriegst du keine 100 api setz ich muss zweimal gewinnen kriege ich eine zähne api dann fick dich das ist vorteil zu gewinnen er war so manch hoff zu dämlich zu lachen alter dass der schlimmer als meine schwester aber jetzt tut ein zeit das von mir schon jetzt gegen schenkt bekommen hast nein das war traum wir haben ein ab auf jeden fall nicht geltet warum ich doch nicht aus du wichser das ding ist ja auch in der zonen bis 60 ich habe dich aber das ist nämlich an der zonen wenn man in der zonen drin ist kann man nach anguckt aber von außen nicht nach in muss dann schon 100 karte geben ja 250er da hat kann man dass ich verliere denken du verlierst im zähler digga ich halte 100 haben aber leise jetzt sagt doch mal wer angst hat der zu verlieren ich habe man die schnauze an sich an sich auf der seite auf die ziel noch der also ja »Einercontrol« »Nein!« »EinerPD – «ICHER!« »Meiiiiiin!« »NEiii Niiiiiin!« »NEEIINN!« Halt die Fresse mal, bis ich aus mein Zimmer Du Gass, wo's geht? Deine Waffe ist leer Wart doch mal kurz, du Wichser, mein Briggsbruder hat mit mir gesprochen Ah, ist gut, spring runter Ja, er hat bisschen Schaden genommen Echt? Der war fuhr drauf! Der war fuhr drauf, Mann! Ja, ja, ja Fick dich, ich brauch nur zwei Wins Komm schon, Digga, komm schon Ja, halt die Fresse Da wollte ich mal wieder kein Boden bauen, der elendige Huben so Ja Ich mach gleich mein Handy kaputt Ich beiß da so richtig rein, so richtig so Ja, ja Davy, wie finden Sie das? Halt die Fresse, du kleiner Maustart Oh, wann krieg ich, wann krieg ich 100er Pace, ey? Ah, Weihnachten oder so Nein, da ich nicht Ja, okay, dann, wann ich dir die geben kann, halt Nächste Woche Du bist ja richtig selbstbewusst, Digga Ich weiß Es ist scheiße eigentlich, Digga Ich weiß auch, dass ich nicht schlecht bin, Digga Und du bist gleichzeitig auch ein kleiner Nazi Nein Klar, Mann Du dich los, Digga Nein Du diskriminierst mich, ja, ja, ja Jamie Wir machen nur bis 30 Sieg Ja Wahrscheinlich flachst du mir ein, Digga Was treibt noch komplett, Digga Sagt noch gleich 5, Digga Ich bin schlecht geworden, Digga Ja 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 Ey, nein Verliert kein nur das Euroman Ja Ich kann keine Luft. Noch einmal gewinnt. Zähnebäschef ist drin. Doch, wahn. Ja, ich muss kein 100 Euro geben, Digga. Aber, okay, mach das so. Wenn du noch einmal gewinnst, kriegst du von mir 20er. Wenn du jetzt noch einmal gewinnst, musst du mir eine 10er geben, okay? Wenn du jetzt gewinnst, was? Guck mal, du musst jetzt zweimal gewinnen. Wenn du jetzt keinen Sieg noch machst, musst du mir eine 10er geben. Aber du musst von einem Husten schliess mir 20er von mir. Wenn ich keinen Bock mehr habe, oder wie? Was ist denn? Nix, alles gut. Freust du dich? Ich kann noch 50 Runden weitermachen. Ja, und wenn du jetzt nicht mehr gewinnst, dann krieg ich eine 10er von dir. Julian, fünf Jahre alt, nur mit Orleck unterwegs. Der ist gerade aufwärtsig durchsprayt, da klar ist die Kugel durchgeht, das ist kaputt, dann krieg ich die Kugel durch. Ja, wahrscheinlich, oder? Mit einem Schuss hast du meinen, erstens mein Teil durchleicht, dass es kaputt geht und mich damit auch noch getroffen. Ja, ja, und deine Hacks, Digga, ich hab die durchschaut. Julian, nur Neonazi, ja, haha. Du bist ein kleiner Hacker. Oh, oh, yeah. Mensch, ich bin dann gleich auf dem Stream im Start 9. Einfach nur, damit Leute in der Nachts kriegen, dass ich streame und dass ich nochmal Klicks generiere. Guck schon wieder, Digga, schon wieder. Mit ein Schuss hast du mich in meine Dings-One-Shot gemacht und mit den anderen Schuss hast du mich und meine gebauten Sachen komplett durchlöchert. Ja, 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 Digga. Prenner-One-Hacker, Digga. Und klicken mich, ich hab auch nebenbei auf, ne? Wirklich ein Scheiß. Wie du spielst, Digga? Ich heiße, Julian, ich durchlöche jetzt alle deine Sachen. Nö, nö, nö. Ich rieche ich aus, Bette. Ja. Du bist, Digga. Schon wieder, Digga. Du löst dich meine Sachen durch, Digga. Du läufst einfach durch meine Sachen durch, Digga. Ein Bild habe ich schon. Komm, noch heim. du schaffst es dir einfach für die 20er psn diga 20 psn das heißt in 2000 was gendee oder geht ja gleich geld kaufen da ich brauch so wie ich bin ich nicht ja so geht's diga so geht's endlich das war meine besten chance du wixer warum willst du dann immer die name wird raus wenn ich am gewinn bin warum haben wir das nicht vorhin gemacht wo du kein bisschen eingespielt was ich kann gegen die scheue alter ich bin ja auch gerade schlecht diga das liegt einfach an game diga ich bin einfach schlecht ernst zu machen mein kollege übertreib diga wir spielen die fortleitung nicht in bord diga ja 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 wow ja baby wow das ist auch weil pc klatschen baby ja 30 psn ist drin ja wir machen erst so muss dreimal gewinnen und mit 30 psn zu bekommen und wenn das er sich schafft kriegst du 20er von die ok diga aber wenn ich aber nur bis 30 diga euro meine ich runde machen wir bis 50 500 habe ich keinen bock wir machen nur bis 40 dann kriege ich gar nicht mehr dann kriege ich gar nicht weil eigentlich hätte ich ja schön dass werde ich nicht sagen ja es gibt da wenn es jetzt es 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 Ich habe einen Tag gewonnen, ich bin ein Ziger. Ich habe einen Ziger. Digger 30. Ich mache 40. Warum? Warum? um sie können zu einer gewisskiste 40 von würdiger und nicht von ihr auch noch 20 wenn du es mir schockt hat er gesagt zu machen bist du als ich glaube schon was er eben gesagt ja so gewinnt bericht wer ist mit tiff u diga wäre schmanker der westbue alter kenne ich nicht halt ich bin der beste was habe ich nicht auf legger aber nur fast der körper 50 ist ende alter dann könnte ich dann aus newton hat gegeben nein habe ich nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich kriege ich die mancher will ja nicht von wenn man abgeschossen wird ist einfach so tatsache vom vorteil den wohnsinn er begegnet sich eure eltern papa das war ein witz das war ein witz digga das war ein witz sagt man die box beheben das meine ich damit ich war für den ball wasserfall krieg dich julian du neonazi ich wusste auch dass du mich diskriminiert weil ich ausländer bin ja ja ich hab's nicht auch ich bin sehr du weißt so waren ungefähr könnte das ankommen die 50er pc so 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 und die waffe geht schnell nach digger ich hab's gemerkt digger double pistol fühle ich wie ich wie Deadpool nix rechts linke haken wie mir deine mama gefallen hat ein anbarn wird zwar nur willst chill und wird sogar noch mal ein bisschen runter egal warum ist das war doch nur ein mozala 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 yummy that is a credible guy so 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 dass das bessere er kommt mit maschinen bist du und sagt das bessere waffe das logik jetzt werden nice country du in der digger bastard weißt du sie hat einen hit genommen ist du Schatzsteinfeger, meinsen. Lass dich doch mal Schatzsteinfeger sein, Digga. Du neger, renn! Oh, fuck! Der Wortschritt, ne? Oh, schöner Boogie! Trinke, geh! Trinke, geh, Martini! Du kleine Pfadze! Fick dich in den Arsch. Fick dich doch, Digga. Du hast sie mal P oder so. Nein, du kommst nicht hier hoch, Digga, du kommst nicht hier hoch. Hinter dir guck, ne? Wir hack, Digga. Nein, Fick dich! Extra nicht. Nächstes Wochenende kommt wieder rein, ne? Gartes. Mehr Spieler. Also am Wochenende. Das wird auch mehr Spieler sein. Warte kurz, ich muss noch kurz ein Klassenkammerat. Scheibenwann wir wieder Schule haben! Ich muss jetzt pushen gehen, okay? Nein, nervung kurz nicht. Ich mach grad gar nichts. Ich muss noch kurz ein Klassenkammerat. Schrauben. Weiß schon, hier läuft die Zeit, ne? Ja. Taten wie nicht geglaubt, dass wir wollen Schieder haben. um jetzt hat kürzfüste noch ein Stück Gründer schicken macht es noch später nein komm doch du bist so ein kleiner scheiß camper digga ich komme ich nicht pushen alter nein aber du hast besseres eben das zum fährt ich hab voll bock auf bio 2.2 muss ich weiß nicht warum warum bist du nur am hacken warum bist du nur am sterben weil hacker nur hacken können und noch pushen vor was in ihrem mann erst als one shot one shot tata tata gespricht ich kriege 20er psn also kriege ich insgesamt 40 weil jamie gibt mir auch noch eine 20er warum bist du immer so one shot grüßchen da draußen mein stream jamie hast du dich selbst gettet ja das heißt ja alter macht doch nicht diesen ich kann euch nicht sch�� ich mach es schnell ich kann euch etwas mehr ich kann euch jetzt ich kann euch mir weil ich einfach ich kann euch wenn dich ich kann dich dein du bist ich kann euch ich kann euch ich mache den moment und spitzhacke ja dann wärst du aber sofort tot gewesen eine möglichkeit gibt dir nur eine möglichkeit damit gegeben wenn ich die spitzhacke und ich hab nicht und ich bin nein wir meinen so was wir nehmen als zweiter in dieser Welt ja ich will nicht hier was ist Fäden Digga du ich schlachte dich auf der ich habe auch dunkelheutige Freunde Digga scheinlich bin ich sozusagen ein n a t kann man sich und denken was da rauskommt ein edeler hübschen hübschen jetzt hat er eine bessere waffe was hast du für eine waffe eigentlich doch nicht so besser was ist das was ist die zwei dosen aneinander geklangen du hextiger du hextiger es hat die übelste gesehen oder leute ihr habt es doch alle gesehen wie er hackt oder übertreibt übertreibt doch nicht jäger einfach mal nicht übertreiben mal jung es tankt so erst mal hinter mir erst mal hinter mir die sträger die 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 wie du sagst es wie du aber direkt hat auch gesagt so ein spiel verwiesen zuerst die kleinen man glauben nein aber du hast den dings nicht bekommen waffen nicht du hast bei mir was hat dann kriege ich nicht die waffe was ist das wäre scheiße ich bin kein urgen sohn meine mama ist keine nutte sich die sämtliche kraftig spieß Komm doch! Ah, jetzt rüft er doch. Das bin ich! Nein, nein, nein! Jetzt ist das ein Blade, Digga! What play? Kann man mich... What play? Kann man mich... What play? Kann man mich... What play? Kann man mich nicht... Komm, ich muss noch pushen jetzt mit der Sniper! Mit der Sniper pushen und Trost, Digga! Ich glaub, ich bist noch ganz bei Trost! Ja, du! Nein! Nein! Ja, wo bist du hin, Jamie? Was bist du? Ich weiß, dass du hinter mir bist! Du hängst nur, alter! Juck, guck, wie weit ich weglaufen musste, die ganze Zeit! Die sollte hergelaufen! Ja, guck mal! Spawn fällt direkt von jemandem! Guck mal! Gib mir doch ein bisschen Chance, Digga! Ich hab nur einen Dreck-Sniper, Digga! Wie du... Nein! Nein! Hör mal bitte auf! Hör mal bitte auf, Digga! Hör mal bitte auf! Ich habe gewonnen, ja, nice. Ich hatte halt auch eine Schreiber gehabt, ne? Noch eine Runde? Ne, er ist nicht angekommen. Der, der den ersten Killer hat safe gewonnen, digga. Safety, safety, digga. So richtig schlecht ist, ey, mit dieser Dreckswache, digga. Ja, wahrscheinlich, digga. So viel, äh, MW, äh, Kampagne gespielt, digga. Ja, mein Däckchen, die sind weg und so. Warum hast du so viel Schuss, digga? Schieß doch gleich so, äh, ganze Mount Everest weg damit, alter. Komm mal auf, digga. Hör doch einfach mal aufzuecken. Einmal, ne? Du kannst nicht ohne Hacks leben, ne? Ich hacke nicht mal. Ja, ja. Guck mal, ich weiß, dass du aufgefällt, weil das fälligst du Hacker-Videos sehen. Das sagt alle Hacker. Ich bin kein Hacker. Hä? 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 Guck, die zieht voll hoch, digga. Richtige Boss hat Waffe. Ich hasse diese Dex Missgeburten-Waffe, digga. Waffe sollte es gar nicht geben, alter. Du Hacker, du bist ein Hacker. Du bist ein Hacker. Ich habe Pech für dich, dass ich Hacker, digga. Das schaut mir jetzt. Da schreibt mir ja moin. Hätte ich nur nichts gesagt, dann wären wir morgen nicht in die Schule gegangen. Hahaha. Ich kann so rasieren, wenn ihr was mit der Vormarsch. Ah. Ich muss bestraut sein, Frank. Du Wichser bist nur am Hacker. Herr, dass. Oha. Da war das. Da war das. Wo war das? 3 1 1 2 2 2 2 2 3 4 Leute, ihr seht ihr was, dieser Blum, dieser Blum Dieser Blum, Digger Oh, sieben mal P, komm ich bin der Post, sieben mal P Ich sage, push, sagst du, nee, ich glaub nicht für OneJob Und immer wenn du sagst, ich soll pushen, da komm ich, Digger Ist einfach eben los Ich wusste, dass die OneJob ist egal Guck, schon wieder und das Reichstag, Digger Ein Schuss reicht, um mich zu flaxen, Digger M, Dissoli, Dissoli Da komm noch, Digger Ne, du lass mal Ich bin immer noch OneJob M, Dissoli, Dissoli Viel Leben hast du 46 46 46 Oh, nur reden, einfach nur 46 Wie vieles Gas hast du eigentlich noch, Digger Kommt gleich noch die mystische oder was Nach mystisch kommt noch, auch, 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 äh, Dings, äh, kommt noch russisch, Digger Nach mystisch kommt noch russisch, Alter Mach noch einmal, Digger Mach einmal die Hexe aus, Junge Mach einmal die Hexe aus Schnauze da Da wird gerade in die Fresse geballert Mann, der schäubt mir da die ganze Zeit Was machst du da? Oh, yeah Komm schon, hau ab, hau ab, Digger jetzt hast du ein minigand alter ich gebraucht der oper sieht aus wie ein wischmopp von light skin also der oper sieht aus wie ein wischmopp rätten 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 ja wo bist du mindig rätten rätten Jörn wird gleich in einer Partie abgeknallt. Jörn ist groß so viel, er hat Text und Doverbier. Perfecter Schultz. Perfec. Okay, wie viele Leben hast du eigentlich noch? Ja, die ist fertig. Jaja, ich hab die 20 mal 10 als gegeben, Alter. Ich hab echt 7,4. Oh, jetzt hab ich 21. Jetzt hab ich 21. Leck doch mal in die Rühm. Das schmeckt gut! Ja. Ja. Ich beende dann auch mal den Stream, Leute. Ja, weil ich hab keinen Bock mehr zu streamen. Ich bin grad mit dem Wichser und ja, deswegen tschau.